Hallo. Ich kann keine Ahnen, Mons. Hallo. Hab ich auch gemacht. Aber bei mir war es schöner. Ich hab mir mehr Mühe gegeben. Wir machen das zu sechs. Ich hab das fröhlich gemacht. Bei dir war das voll depressiv. Wir machen das zu sechs und jeder sagt... Probier nochmal, wir lassen das Publikum entscheiden. Nein, probier das jetzt nochmal und dann lassen wir das Publikum entscheiden. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen hier wieder auf diesem Kanal. Aus unserem mobilen Studio. Ja. Hier ist wieder Greenscreen. Ah, scheiße, das hab ich jetzt verraten. Wir müssen jetzt so tun, als wir im Auto. Wir müssen alle so leicht hin und her wackeln, als würde sich die Straße nicht bewegen. Pass auf, da kommt Mono. Oh, das war aber ganz schön. Also, wir sind auf dem Weg nach Stadt Lohn, wo wir heute einen Workshop-Tag haben in einem Einradhockeyverein. Wir haben das Auto voll. Erstens mit Leuten, zweitens mit Sachen. Wir nehmen euch einfach mal mit und gucken mal, wie das da so wird. Einradworkshops zu machen. Einradworkshops. Wir haben noch nicht mehr sonst Einradhockey und wollen halt mal ein bisschen Urban Unicycling probieren. Also, werden wir heute mit denen Try machen und Flattenern machen. Könnt uns auch jetzt auf rideon.de. Genau. Einfach auf unserer Weinpage vorbeigehen, wenn ihr auch unbedingt mal ein Workshop von uns haben wollt. Ja, könnte man eigentlich wirklich mal ein bisschen Werbung machen, ne? Ist so. Ja, so, also. Da kriegt ihr uns. Genau. Alle hier. Mit dem Auto. Also, das Auto kommt uns heute. Ja, das ist ja nicht so wichtig, dass das Auto kommt. Ja, das ist schön. Das Auto ist schön? Ja. Das Auto ist schön, alleine dafür lohnt sich. Genau. Bucht das Auto mit uns. Und Workshops inklusive. Was labern wir für eine Scheiße? Gut das. Also. Wir fahren jetzt erstmal dahinten. Auch wenn ihr in Einzelfestung seid. Wir können uns alle haben. Wir fahren jetzt erstmal dahinten. Ihr könnt auch zweit uns betrachten. Ist kein Problem. Ja, wir fahren jetzt dahinten. Das müssen wir hier filmen. In den Busch. Wir sind da. Wir gehen jetzt mal rein und gucken. Wie gesagt, das Auto dann davor. Dann können wir da schneller ausladen. Ja, ich fahre das Auto zurück. Ne, ne, lass das mal da liegen. Ihrens Taschen kann da bleiben. Da ist Fisbee. Hier. Komm, Mann. Wer kommt. Wer kommt. Wer kommt. Weiß ich nicht. Warte. Wenn das Auto ist gleich dazwischen. Ja, die ersten Workshops laufen. Jetzt haben wir springen gemacht. Und gleich geht's in die zweite Runde. Wir sind gut. Es macht Spaß. Na? Essenspause? Ich esse Bananen. Die sind gesund. Ich hab keine Bananen. Aber ich brauch trotzdem eine Essenspause. Ich ess mir jetzt leckere Wraps. Ich hab mein Essen hier draußen. Richtig, richtig guten Rap gemacht heute Morgen. Also müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit beim Essen gucken. Da drin laufen die Workshops. Dann haben wir jetzt halb fünf oder fünf oder so rum. Machen gleich noch ein, zwei Durchgänge. Na Tobi, auch Pause? Was gibt's bei dir leckeres? Richtig mit Teewurst. Teewurst. Ne, dann gibt's was viel geileres. Das hab ich schon gehört. Springen haben die gelernt. Aufstiege haben die gelernt. Rückwärts fahren. Die sind fit, ey. Kann ich nur empfehlen. Wenn die aus der Gegend von Stadtlohn kommt. Die sind cool. Kommt her und fahrt mit denen. Ja. Wir malen allerdings sonst Einradhockey. Also ich hätte jetzt eben fertig. Und dann geht's weg. Ja. 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 Wir wünschen sind verrückt was wir tun. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Mach verteidigung. Kleiner Tipp. Beim Floh gibt es jetzt Nachrichten. Gibt es jetzt Brownies. Super lecker. Schmecken die Brownies noch? Sind die vegan? Natürlich sind die vegan, ich hab die gemacht. So, Workshop ist vorbei, jetzt machen wir eine kleine Show für die, und danach habe ich gehört gibt es noch ein Rad-Hockey, die wollen irgendwie gegen uns ein Rad-Hockey spielen oder so, das heißt dann machen wir sie auch noch fertig, alles klar. Mensch, wir haben schon zwei Tore gemacht, die haben irgendwie acht oder sowas, schau mal, zwei Tore, zwei Tore, wir sind Zweiter, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Träppchen sag ich dann nur, gar kein Thema. Platz zwei von zwei Mannschaften. Ich finde das war es dir gar nicht. Achso. Da der, da er gefilmt hat beim Hockey und ich mitgespielt hat, darf er jetzt das Auto laden. Der Deal ist gerade geplatzt, wir müssen uns jetzt einen neuen Deal überlegen. Ich hab schon fast alle anderen da hingetragen. Geil, und wir machen jetzt den Rest und dann verabschieden wir uns hier. Die essen jetzt gerade alle Pizza, da machen wir nicht mehr mit, sondern wir packen jetzt und fahren. Was willst du? Also, packen und rückwärts. 2.32 Uhr, es regnet. Was haben wir gerade gemacht? Fahrer repariert. Gutes Karma, Cassius. Einfach random angehalten und in irgendeinem Typen der hat sich den Arm gebrochen aber sein Fahrradschlauch war irgendwie Platz kaputt. Bis zum nächsten Mal.